Hey Leute, was geht? Willkommen zu James Bond, ein Quantum Trost, Quantum of Solace, offizielles Spiel zum Film. Oh, da wollte ich jetzt gar nicht hin. Wir machen ein neues Spiel als Feldagent und schauen uns jetzt dieses nette Filmchen hier an. Ui, ein neues Auto. Ja, ich habe mir das Spiel ausgesucht, weil ich es gerade hier gefunden habe und mir es mal vor ein paar gefühlten 30 Jahren von meinem Nachbarn ausgegeben habe. Und damit er sieht, dass das Spiel noch existiert, werde ich es jetzt spielen, anstatt es ihm einfach rüber zu bringen, da er genau gegenüber wohnt, aber das ist ja jetzt auch erstmal nebensächlich. Der Tod. Ich bin so awesome. Und jeder, der jetzt irgendwie mal James Bond spielen wollte, Agent von alles, der hat jetzt die Möglichkeit dazu und kann sich jetzt hier zum James Bond 9 plus Ultra aufwerten lassen und kann mal in die Rolle seines Helden schlüpfen. Ich werde das jetzt stellvertretend für uns alle mal machen und hoffe, das Spiel ist gut. Oh. Ja, kriege ich vor mir weg. Oh, ich bin über den Schotterboden gezogen, aber da kommen schon, äh... Überlegen Sie es, ich bin über den Schotterboden. Nein. Ich heiße Bond. Puh, 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 puh. Okay, meine Damen und Herren. Er ist im Garten. Los! Ja, im Garten. Los, alle in den Garten. Ich werde euch jetzt alle die Lichter ausschießen und gewinnen. Ja, ihr seid alle an mir vorbeigelaufen gerade, so wie es aussieht. Unten im Garten ist ein Tor. Sie können dadurch außen rum und zurück zum Haus. So, Freunde. Kommt. Ja, ja. Alles ruhig, alles ruhig. Ich wollte gerade den PAN-Modus aktivieren. Ich habe zu viel Crysis gespielt in letzter Zeit. So, zurück in Deckung. So, da hinten ist doch noch so ein Sonnenkanal hier. Hier, ich muss gerade mal gucken. Ähm, gut, ich habe Zeit. Ich hole mir jetzt, äh, Munition. Und, oh, oh, oh. Keiner liegt sich mit James Bond an. Ich treffe den Typ nicht, der ist hinter der Treppe. Ui, das war in die Familienplanung geschossen. Blindschießen ist auch immer lustig. So. Nummer eins. Komm her. Nix. So. Ui, ganz schön sensibel. Geist, ich brauche auch eure Munition. Na, doch nicht. So. Muss man hier machen. Start. Oh, fail. Ja. Ja. Drei. Acht. Acht. Erfolgreich. Juhu. Ja. Ja. Süß. Drücken sie Q und dann L. Was? Was für ein Shit. Bin dann richtig. Hab ihn gefunden. Oh. Uuuu. Ja. Sorry. Ich komme im Reich der Träume. Irgendwo im Bootshaus ist eine Direkteinspeisung. Befinden sie sie. Dann können wir das ganze Anwesen einsehen. Spanner. So. Ach, guck an. F gedrückt halten. Zip, zip, doing. Ich bin jetzt drin. Ja, ich bin drin. Gute Arbeit 007. Ich sehe es auch. Ich schlage vor, sie dringen durch das Gewächshaus vor und betreten White's Wheeler durch den Keller. Bin schon unterwegs. Ja, bin schon unterwegs. Hier drüben. Er ist da lang. Ja, da habe ich nicht getroffen. Ja, da habe ich nicht getroffen. Er schießt hier noch auf mich. Ja. So, adios. Telefon. Der Aktkoffer. Mr. White anbei, wir gewünscht ein Foto von Operationen, wenn ich das Geld, wird ihm überbracht, sobald wir es bekommen haben. Adolf. Adolf. Adolf schreibt sich jetzt anders. Und macht jetzt, arbeitet jetzt für den Mi-6. Das war jetzt Fail. Ja, gechillt. Ja, gechillt. Ah, ein Gastank, denke ich. Boom, boom, boom. Warum tut sich nichts. Unfassbar. Ah, das ist langsam haselig, meine Freunde. Der will ja nicht in die Luft gehen, oder kann ja nicht in die Luft gehen. Schiss Ah, ha. Versetszler, versetszek halt, kurz zu. Ja, wo mal, das war's jetzt. Scheiß Tank. Scheiß Tank, ey. Ich gehe jetzt zum Haus. Sagen Sie Bescheid, wenn Sie drin sind. Sie haben nicht... Ja, aber ich beende das Video hier. Ihr könnt oben rechts sehen, wie es hier weitergeht. Ich hoffe, ihr seid dann dabei, wie ich in das Haus eindringen werde. Wie gesagt, klickt um rechts und ihr seht das nächste Video. Bis dahin, viel Spaß.